Hallihallöchen und willkommen zurück bei Coral Eastland. So, wir schauen auf unsere Farm. Farm, 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 farm. Ich wollte eigentlich nur... Maschine voll, ja? Ist ja... Dann halt nicht. Wollte ja sagen, ist ja legit, aber... Schau mal nicht. So legit ist es dann doch nicht, wa? Mmh, 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 mm Ich bin leider noch fett erkältet, da muss ich mal zwischendurch einmal stumm schalten, damit ich genießen oder husten oder sonst wie das kann, leider. Genießen tut aber auch höllisch weh manchmal. So, einmal die Milchkanne mitnehmen und einmal Tierfutter mitnehmen, muss ja auch sein, die brauchen ja viel, die brauchen ja Futter, ohne Futter keine Mutter. Ja, ich glaube, die kriege Mökel. Die kommen besser an die Eier, wenn ich jetzt mal eine rauslasse. Ich gehe eben direkt hier. Oh, du bist ja süß. Du bist ja süß. So, gibt der die Milch. Die, 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 die. Mhm. Mhm. Die, 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 die. Äh, warte mal. So. Da kommt noch ein Schuh draus. Die, 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 die. Die, die, die. Es sind aqui. Maschine. Maschine voll. Ne, das ist ja auch wirklich brauche. Maschine voll. So, das dahin. Nicht dahin. Und das wird eh verkauft. So. So, Futter kommt natürlich wie gehabt hierhin. So. Läuft. So, wo ist denn jetzt meine hübsche Hier Da hinten Okay Da, 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 da La, 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 la Hör ich mich nicht? Warum hör ich mich eigentlich nicht? So, hallo, 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 hallo Ah ja, ich vielleicht auch an meinem Taub sein Äh, du bist hier Ist gut oder schlecht? Kann man sich aussuchen Die mag bestimmt Ne, 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 geh weg, nicht weg Nein, bleib doch hier Ja Warte, nein, geh nicht weg Geh doch nicht mal weg, ey Ich will mich hier unterhalten Ich konnte bis 3 Uhr früh nicht einschlafen Ich bin total erschöpft Ich muss aufhören, mir Das anzutun Mir ist so einiges im Kopf herumgegangen Manchmal ist es schwierig Das beiseite zu schieben Oh, was denn? Nee, die hat eine Echse Die kommt nur aus ihrem Versteck Wenn sie zu Hause ist Süßes kleines Ding Sie hat die Echse Tin genannt So ein lustiger Name Okay La La Wenn ich weiß, wo die Frucht wächst Dann hilft mir das nochmal Meine Verbindung zur Insel zu stärken Außerdem hilft es auch Den örtlichen Farmern Stimmt's? Oh Das auch, ja Ja, okay Jetzt haben wir fast keine Kohle mehr Aber auch nicht so schlimm So schlimm ist das nicht Ich muss mal gucken hier Ihr seht das nicht Da ist 100 Naja, egal Jetzt haben wir nicht mehr viel Kohle Ja, okay Ist aber nicht so schlimm Sag ich mal Fische verkaufen wir jetzt So, warte mal Warte mal Warte mal Warte mal Warte mal Ja, wir brauchen eigentlich Brauchen wir mal noch Sellerie würde ich gerne noch aufbewahren So, ich würde hier gerne noch mal ein bisschen Ein bisschen aufräumen Also ein bisschen freiräumen hier alles So Wenn wir jetzt dazwischen Eine Axt läuft Kann ich da nichts führen Nur mal so Nur mal so Wenn der denn klar ist Heute chicken Ich kann da noch mal nichts für chicken Ich muss die Sachen hier verbessern Das ist auf jeden Fall Ganz wichtig Essen 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 Warte futter Gucken Können wir jetzt eigentlich eine Runde angeln Aber hier müssen wir erstmal ein bisschen Damit man besser So geht das nicht So geht das überhaupt nicht So Jetzt kann man auch angeln Warte bis ein Fisch anbeißt Lalalalalala Fisch anbeißt Lalalalalala Ja Geh'n Das ist kein Fisch Sag ich doch Das ist Müll War mir doch klar Warte bis ein Fisch anbeißt Und beißt Lalalalalala 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 Bist doch bestimmt auch kein Fisch, oder? Ja Also du bist ein Flugblatt Was soll ich denn mit Flugblättern, ey? Jetzt ganz ehrlich, was soll ich mit Flugblättern? Hm? Hm? Kann keiner was mitmachen Eine Kanäle Geil Tagebuch öffnen Äh Achso War gar nicht tap Hm Insekten Meerestiere Nein Wo ist denn die Garnele? Hä? Achso Du Lalalala Warte bis ein Fisch anbeißt Da 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 Jetzt kommt bestimmt wieder nur Müll, oder so Machen Machen Hüßern Noch eine Garnele Geil Geile Garnele Geile Garnele Guck mal Winke geht schon wieder rein Sehr gut Sehr gut Äh Achso Ja Garnele Futter Äh Dann kommt hier hin, dann kommt hier hin, dann kommt hier hin Das kommt natürlich auch hier hin Äh Ach Mann Kann ich ein Flugblätter aufverkaufen? Oh, Runeo Mann, was hab ich mit den Flugblättern? Ganz ehrlich, hab ich so viele von So, und zwei Wildsamen Ja, das Zeug muss jetzt auch langsamer weg hier Hä? Okay, geht nicht weg Okay, geht nicht weg Auch gut Habe ich nicht noch Dünger? Ein bisschen Dünger Ein bisschen Dünger Dünger Können wir noch Dünger herstellen? Warte mal West Soll ich Erzeugnisse Blablabla Können Ah, wir könnten Oder? Ne, können wir nicht Weil, tauchen kriegen wir einen Augenblick nicht weiter freigeschaltet Äh, Personen die wir mögen Jojojojo Ähm Zapfhahn haben wir auch schon Na, ja, ich brauche Naja, da kann ich den jetzt aktuell nicht platzieren müssen wir den Dünger erst mal wieder ... apologise das wo hat sich ein Zeichertig die Zappfaden hoffentlich nicht weg gemacht wenn ich noch mal einen Zappfaden machen ne da ist er ha jetzt Was mache ich denn mit dem Zapfhagen jetzt? Zum Sammeln von Baumsaft kann ich ein Obst gesetzt werden. Ja, ja gut, aber wie hole ich den da weg? Ne, so nicht. Wollen wir mal? Ja, ja, ja. Ding, ding, ding. Dann halt nicht. Dann weiß ich den auch nicht, ey. So. Wir gehen schlafen. Ich weiß da auch nicht. Ich weiß da auch nicht, wo ich das mache. Nacht. So, vielleicht noch eine Fernsehsendung oder so. Oh, kann die Sonne raus. Ein wohnloser und sonniger Ding dran, um zu trinken. Okay. Detektiv. Könnte recht interessant sein, das jetzt alles vorzulesen. Das ist, glaube ich, ein bisschen Übermaß. Na ja. Oh, ich war Freunde. Angeln. Landwirt. Anderes. Sehr schön.